Jo, Newsflash! Wir sind hier mit neuen Nachrichten, haben diesmal leider kein Donnerstag-Nacht-Spiel, wir hatten Dienstagnacht dafür, kein Donnerstag-Nacht, ist egal, wir reden wieder über ein paar Corona-Sachen, wir hatten einen kleinen Schreck in Indianapolis und auch ein bisschen in New England, würde ich sagen, aber wir reden natürlich über die Le'Veon Bell-Sache, ich habe geile College-Spiele, die ich euch empfehlen kann zu gucken, wir reden über Verletzungen, wie immer, im Newsflash. Abonniert, wenn ihr neu seid, würde ich mich sehr drauf freuen, drauf freuen, drüber freuen, beides, ich freue mich auf euch, ich freue mich drüber, wenn ihr dann abonniert habt, ich versuche bis Ende des Jahres auf 15.000 zu kommen, wir sind momentan auf einem sehr guten Weg, aber ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr mit dabei seid. Okay, straight, ich habe gerade drüber geredet, die Codes, oder ich habe es angeschnitten, die Codes hatten vier positive Tests heute Morgen, oder beziehungsweise für euch gestern Morgen, also Freitagmorgen, daraufhin wurde erstmal Training abgesagt, Facility geschlossen und so, keiner war da, die Tests wurden überprüft und es hat sich herausgestellt, dass es sogenannte False Positive Tests waren, also welche, die angezeigt wurden, oh Moment, ihr habt Corona und dann wurde das Ganze nochmal überprüft und dann hieß es auf einmal, wir haben uns geirrt. Ich habe ehrlich gesagt leider gar keine Ahnung, wie das funktioniert, falls einer von euch da mehr weiß, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, aber bitte wirklich nur, wenn ihr es wisst, nicht, oh, ich denke, es könnte, haha, sondern wenn ihr wirklich was wisst dazu, dann schreibt es gerne in die Kommentare, für mich, für alle anderen. Ich frage mich halt, wenn es mit einem Sample passiert, okay, safe, hatten wir schon, aber gleich mit vier, die gleichzeitig positiv getestet wurden und dann, ah, die sind alle übrigens doch nicht positiv. Ich glaube, es gibt dafür eine ganz einfache Erklärung, ansonsten würden viel mehr Leute das hinterfragen, weil ich im ersten Moment gedacht habe, bestimmt sind die positiv und eigentlich dürften sie nicht spielen und werden jetzt durchgemogelt, aber das ergibt überhaupt keinen Sinn, das ist Quatsch. Deswegen wird es da bestimmt eine ganz, ganz einfache Erklärung für geben. Auf jeden Fall wurde Freitag, also gestern Nachmittag, direkt wieder die Facility, das ganze Gelände da geöffnet, also Training einfach auf Nachmittag verschoben, vormittags einfach über Zoom ein bisschen Filmstudy und so. Also es war jetzt nicht sonderlich kritisch und das Spiel steht nach wie vor für Sonntag an. Also kurzer Schreck, aber nicht wirklich was passiert. Bei den Patriots hingegen ist ein Spieler und ein Personeltyp, also einer, der quasi im Staff ist, die wurden getestet und sind beide positiv. So, ich habe eben bei den vier Leuten nicht drüber geredet, aber ich glaube, es gibt eine Grenze für unter fünf. Solange es unter fünf Leute sind, ist irgendwas. Ich bin bei den ganzen Protokollen nicht wirklich drin. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein Spieler, ein Personeltyp. Und das Spiel steht wohl auch noch an. Die Broncos sind momentan noch, also jetzt Freitag oder beziehungsweise Freitag zu Samstag nach 0.50 Uhr. Momentan ist der Plan der Broncos noch am Samstag abzureisen nach New England. Allerdings schätze ich das ein bisschen risikoreicher ein als das Codespiel. Ich denke, das Codespiel findet statt, gerade wenn es wirklich halt einfach nur falsche Testergebnisse waren. Bei den Patriots könnte es halt passieren, dass morgen direkt wieder neue oder für euch heute Morgen direkt neue Spieler positiv testen und so. Und dann wäre das Ganze ein bisschen kaputt. Deswegen mal gucken, wie das läuft. Aber momentan steht das Spiel. Wenn das ausfallen würde, wäre das das erste richtige Problem, weil jetzt halt beide Teams letzte Woche gezogenermaßen ihre Beiweek schon hatten. Das heißt, wenn da jetzt noch was verschoben werden wird, dann müssten wir vermutlich in Woche 18 gehen. Ich habe es schon gesagt, das wird vermutlich sowieso früher oder später passieren, aber das könnte dann der erste Fall sein. Wie gesagt, momentan ist noch überhaupt nichts. Momentan ist das Spiel noch ganz genauso geplant. Cam Newton spielt wieder, Stefan Gilmour spielt wieder, aber behaltet es im Auge. Bengals AJ Green, da hatten wir drüber geredet, dass er gefilmt wurde, wie er auf der Bank irgendwas sagt von wegen Trade Me. Und ich meine schon, vermutlich hat er nicht einfach nur gesagt Trade Me als Aufforderung, sondern hat in irgendeinem Satz einfach Trade Me untergebracht. Oder vielleicht war es gar nicht Trade Me. Wenn man sowas gesagt bekommt, von wegen, oh er sagt Trade Me und dann hast du da drunter ein Video, dann liest man es automatisch rein. Aber ich nehme an, 99% von euch, und ich bin es halt definitiv auch nicht, sind keine Lippenleser. Deswegen können wir das nicht wirklich sagen, was er da gesagt hat. Gerade in einer fremden Sprache immer einen Ticken schwer. Auf jeden Fall hat er gesagt, er möchte nicht getradet werden. Wir bauen hier gerade was Besonderes auf, was special, hat er glaube ich gesagt. We are building something special here. Ich sage es euch häufig, das muss er sagen in der Situation. Er hat offiziell keinen Trade angefordert. Das heißt, entweder er möchte getradet werden und das Ganze bleibt unter der Hand. Dann kann er natürlich auch nicht einfach in einem Interview sagen, ja übrigens, ich möchte weg. Oder er ist einfach unzufrieden, hat aber noch keinen Trade angefordert. Dann kann er es ja auch nicht einfach in einem Interview bekannt geben. Deswegen, das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite, bin ich ganz ehrlich, man kriegt den nirgendwo unter. Der hat halt einen riesigen Vertrag und der spielt sau schlecht dieses Jahr. Ich bin gerade noch ein bisschen am überlegen, ob ich diese Next Gen Stats, also Next Generation Stats, ob ich die cool finde oder nicht. Ich glaube, ich finde die deutlich geiler als zumindest Pro Football Focus Noten. So, Pro Football Focus an sich ist schon cool, aber die Noten von denen finde ich ultra dumm, haben wir schon drüber geredet. Aber insgesamt kann man über Pro Football Focus reden so. Und die Next Gen Stats, die sind eigentlich geil. Ich muss mich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, aber laut denen zum Beispiel hat er von allen Wide Receivern, die mindestens 25 Targets haben, die mit Abstand wenigstens Separation, also Abstand zwischen sich und dem nächsten Verteidiger pro Catch. Und das ist schon mal kritisch, gerade weil er halt auch nicht dieses Jahr zumindest dieser krasse 50-50 Receiver ist, der er mal war. Also du kriegst für das Geld den definitiv nirgendwo angebracht. So, das heißt, was ich vermutlich ernsthaft machen würde, wenn ich die Bengals wäre, ist AJ Green cutten. Man kann es ein bisschen verkaufen als, ja, wir hätten ihn traden können, aber so kann er sich selber sein Team aussuchen, kann selber verhandeln. Und das ist halt auch wirklich was Gutes für AJ Green. Denn wie gesagt, für den Preis nimmt ihn keiner. Aber wenn er jetzt sagt, oh, ich will nur Veteran Minimum haben, vielleicht spielt er dann auf einmal in Tampa oder so, hat eine bessere Chance auf den Ring oder bei den Seahawks oder Greenbait zum Beispiel, wäre natürlich dumm für mich, aber für sehr, sehr wenig Geld. Das heißt, das könnte man machen, wäre gut für AJ Green. Und ich glaube, fürs Team wäre es auch gut, es sei denn, das Team erwartet noch, dass AJ Green wieder die Kurve kriegt und richtig krass spielt. Denn ansonsten hast du nur zusätzliche Erklärungen, die du abliefern musst. Und so, wieso kriegt AJ Green nicht so viele Bälle? Und es ist einfach, oder für mich wäre es einfacher, wenn er raus ist. Dann hast du deine ganzen anderen Receiver, auf die du aufbauen kannst, die jetzt auch nicht wirklich schlecht spielen dieses Jahr. Tee Higgins in einer größeren Rolle zum Beispiel. Also ich würde ihn vermutlich cutten. Ich glaube, den meisten von euch sollte bewusst sein, dass ich Cowboys-Owner Jerry Jones nicht sonderlich mag. Er hat in einem Interview gesagt, also es hat nichts damit zu tun, es ist nur ein kleines Preset, falls ich irgendwie salty klinge, oder als würde ich ihn nicht mögen, dann wisst ihr, ich mag ihn wirklich nicht. Er hat gesagt, jetzt mit der Deck-Verletzung, da müssen wir unsere Erwartungen anpassen. Aber, Achtung, gleichzeitig, wenn wir am Ende nicht ein Championship gewinnen, was unser Ziel ist, logischerweise, dann ist es nicht Andy Dalton's Schuld. Dann liegt es nicht am Quarterback. Also, letztendlich hat er wieder nichts gesagt. Wir müssen weniger erwarten, aber nicht, weil Andy Dalton jetzt unser Quarterback ist. So, das Einzige, was man da eventuell reindeuten kann, ist, okay, Andy Dalton ist schlechter als Zach Prescott, aber unser Team ist gut genug, um selbst mit Andy Dalton noch gewinnen zu können. So, aber da ist schon viel Fantasie drin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es soll. Von wegen Erwartungen anpassen, was soll da angepasst werden, weil mit dem Roster kannst du selbst mit Andy Dalton, Andy Dalton ist halt auch nicht der schlechteste Quarterback aller Zeiten. Der ist vermutlich der beste oder eher zweitbeste Backup-Quarterback der Liga. Also, ich weiß nicht genau, was da angepasst werden muss. Der Roster ist halt wirklich immer noch zu gut, um nicht tief in die Playoffs zu gehen. So, also, ganz, ganz komisch. Nur nochmal als Beispiel, nicht immer, wenn irgendjemand irgendwas sagt, dann heißt es auch wirklich was. Das zum Beispiel ist eine ziemlich sinnfreie Aussage generell. Okay, Le'Veon Bell wurde gecuttet von den Jets, nachdem sie anscheinend keinen Trade-Partner gefunden haben und konnte jetzt zu den schiefgehenden Vertragsdetails, habe ich noch nicht gehört. Das Interessante ist, man musste sich den Vertrag angucken von Bell bei den Jets. Normalerweise wäre es jetzt so gewesen, dass ihm noch 6 Millionen zugestanden hätten von den Jets. Das heißt, wenn er jetzt einfach nicht spielt und sagt, ich habe keine Lust mehr auf Football generell oder dieses Jahr oder was auch immer, hätten die Jets ihm 6 Millionen zahlen müssen. Wenn er jetzt zu einem neuen Team gegangen wäre, denkt dran, das ist nur ein theoretisches Szenario, das trifft jetzt nicht wirklich zu. Angenommen, er geht zu den Bears und die Bears zahlen ihm 2 Millionen. Oder sagen wir mal, die zahlen ihm ein bisschen mehr als Veteran Minimum, ich glaube, das wäre 8,50 gewesen oder sowas für ihn. Also zahlen ihm 1 Million, die Bears, dieses Jahr. Dann hätten die Jets quasi den Rest noch aufstocken müssen, bis zu den 6 Millionen, die er theoretisch hätte kriegen sollen. Also Bears bezahlen 1 Million und Jets bezahlen 5 Millionen, insgesamt 6 Millionen. So, er kriegt so oder so 6 Millionen, egal ob er irgendwo spielt oder nicht. Die Situation, dadurch, dass er eine bestimmte Klausel in seinem Vertrag drin hatte, sieht jetzt allerdings anders aus und er kann quasi double dippen. Also die 6 Millionen von den Jets kriegt er sowieso und wenn er irgendwo anders einen Vertrag unterschreibt, dann kriegt er das noch zusätzlich obendrauf und das wird quasi nicht einfach abgerechnet mit den 6 Millionen der Jets. Das heißt, in unserem Beispiel, er kriegt 1 Million von den Bears, hätte er dann insgesamt 7 Millionen gekriegt. Gott sei Dank ist er nicht bei den Bears, sondern er ist zu den Chiefs gegangen. Das hat die Situation ein bisschen verändert, denn wenn dieses Szenario eingetreten ist mit dem, egal wie viel man ihm bezahlt unter 6 Millionen, er kriegt sowieso 6 Millionen, dann kannst du einfach zum besten Team gehen. So hat jetzt Geld auch wieder eine kleine Rolle gespielt, aber ich nehme an, er hätte bei anderen Teams deutlich, deutlich mehr Geld gekriegt und dementsprechend hat für ihn auch das Team wirklich jetzt viel Reiz gehabt. Logischerweise ist ein Team, wo viele von ausgehen, dass es wieder im Super Bowl stehen kann. Da möchte er natürlich hin. Deswegen ist eine Leistungsentscheidung, viele haben es verglichen mit der Kevin Durant-Entscheidung, nach Golden State zu gehen. Im Football immer ein bisschen anders, würde ich sagen, aber ja, keine Ahnung. Ist natürlich dumm für alle, die die Chiefs nicht mögen. Okay, wir gucken uns kurz ein paar Injuries an in der Liga. Ich glaube, ich habe 5 Teams rausgesucht heute. Denkt dran, wir reden nicht über alle Injuries, sondern nur über ausgewählte, einfach so. Bei den Browns fehlen viele Spieler. Wyatt Teller ist ein Guard, der ist raus. Dann zusätzlich noch Safeties Ronny Harrison und Carl Joseph und Linebacker Jacob Phillips. Die sind alle definitiv raus. Noch dazu, fraglich, Odell Beckham, Jarvis Landry, also Nummer 1 und 2 Receiver. Baker Mayfield, dein Quarterback Nummer 1. Olivier Vernon, dein vermutlich zweitbester Passrusher. Und Larry Ogun-Jobby, ein Defensive Tackle, also 2 D-Lainer schon wieder. Das ist wirklich kritisch. Da müssen die Browns wirklich drauf hoffen, dass alle die Quest-Triber sind, spielen können. Ansonsten wird es schwer gegen ein ziemlich, ziemlich gutes Steelers-Team. Bei den Eagles sind definitiv raus. Lane Johnson, das ist ein Tackle logischerweise. Dann Deshaun Jackson und Elshon Jeffery. Bei das Wide Receiver ärgerlich, dass sie nach wie vor raus sind. Cornerback Avante Maddox ist raus und Linebacker Duke Riley. Zusätzlich dazu noch Darius Slade, der Nummer 1 Cornerback der Eagles. Questionable mit einer Gehirnerschütterung. Also da weiß man wirklich nicht, was los ist. Bei den Eagles sind vier Spieler raus, unter anderem Garth Drew Samir und natürlich Running Back Delvin Cook. Der kriegt jetzt eine Off-Week sozusagen, hat danach die Buy-Week, also hat er zwei Wochen frei. Das ist praktisch. Chris Boyd ist raus, das ist ein Cornerback. Und Wide Receiver KJ Osborne, junger Mann, der ist auch raus. Zusätzlich noch Doubtful, also wie gesagt, das ist zwischen Questionable und Definitiv raus, ist Cornerback Houghton Hill. Bei den Panthers ist Defensive Entity Gras Matos raus, genauso wie Kawan Short. Also auch wieder zwei D-Liner. Zusätzlich dazu Cornerback Eli Apple, Wide Receiver Curtis Samuel, anderer Cornerback Dante Jackson und Defensive Tackle Zach Kerr questionable. Also die Panthers auch schwer getroffen. Ich glaube, da haben sich viele darüber beschwert, dass ich gegen die Panthers getippt habe. Mit den Verletzungen mal gucken. Bei den 49ers sind Cornerback Dante Johnson. Letztes Mal habe ich ihn Dante Jackson genannt von Panthers, aber eher von den 49ers. Cornerback Dante Johnson und Linebacker Korn Alexander sind definitiv raus. Zusätzlich dazu Questionable Cornerback Emmanuel Mosley, Running Back Jeff Wilson Jr. und Safety Marcel Harris. Alright, ich habe euch vier College-Spiele rausgesucht, sogar zu komplett unterschiedlichen Zeiten. Wir haben leider nur ein Matchup von zwei gerankten Teams untereinander, aber das ist dafür ein richtig krasses Matchup. Das ist das letzte auf der Liste. Also lohnt sich vielleicht ein bisschen später wach zu bleiben. Wir gucken mal direkt rein. Um sechs spielt Nummer 15 Auburn gegen South Carolina. Auburn hier, obwohl South Carolina nicht gerankt ist, weniger als ein Field Goal Favorit. Also das könnte knapp werden. Dann um zehn spielt Nummer elf Texas A&M als fünf Punkte Favorit gegen Mississippi State. Auch das interessant. Dann um 1.30 Uhr Nummer fünf North Carolina. Fast zwei Touchdowns Favorit gegen Florida State. Das habe ich nur reingenommen, weil ich mich darüber gewundert habe, dass North Carolina so wenig Favorit ist, sage ich mal. Weil ich meine, die sind 3-0, sind Nummer fünf Team im Land angeblich. Und Florida State ist 1-3 und hat sich selbst im Sieg nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Also hm. Und dann um zwei der absolute Kracher des Spieltags. Wir haben Nummer drei Georgia 3-0 gegen Nummer zwei Alabama auch 3-0. Alabama hier viereinhalb Punkte Favorit. Da ist natürlich die Schlagzeile, dass Alabama-Coach Nick Saban momentan unter Quarantäne ist wegen Covid und er es selber hat. Frage ist, ob er schnell genug drei negative Tests kriegt bis Samstag. Ich fürchte nicht, also bis heute Abend quasi. Also könnte es sein, dass er nicht da ist beim Spiel. Das wäre natürlich sehr, sehr merkwürdig. Aber trotzdem, Nummer drei gegen Nummer zwei ist immer ein Kracher. Egal, wer die Nummern sind. Dann, wie immer, zum Schluss des Newsflash-Assisters. Ein dickes Dankeschön an alle, die Mitglied sind. Shoutout an euch, Jungs. Natürlich extra Shoutout, weil es vertraglich festgelegt ist sozusagen an die Mitglieder am allerhöchsten Level, an alle meine Pro-Baller. Shoutout Max. Ich nehme an, es heißt Ambitious, so wie ambitioniert. Wenn nicht, sag mir, wie ich den Namen aussprechen soll. Stefan Grunder, CD Chris, Marcel, Jonas, Eberleit, GGT, aka Lukas, Sven-Jermin, Jackson, Sven, TJ Ryan, Leon, Schulz, Nacho Out, Mariano, Pause and Channel, Levin, Faust, Nikolas, Shreddias, Marcel, Jets, Ami, Raphael, Window, Two Legende, Yankee Tango, Axel, Patrick Schneider, Tobias Mangold, Jakob Seahawks, Mocodino, Christian Rickert, Gordon, Sportlegende, It's Pretty As und Hannes Walder. Vielen Dank, dickes Shoutout an euch. Gut, das war es mit Newsflash. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr abonnt, würde ich mich freuen, falls ihr liked, da das, wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach, wie am Anfang gesagt. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.